Hallo Fußballfreund und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es weiter mit dem Bundesliga-Check. Ich weiß, es ist jetzt schon einige Tage nichts gekommen. Das lag zum einen daran, dass meine Kamera nicht mehr funktionenzüchtig war. Ich habe mir eine neue zugelegt. Ich hoffe mal, dass das von der Qualität her geht. Ich habe vorhin schon eine Testaufnahme gemacht. Da war es auf jeden Fall noch mit dem Greenscreen noch mal ein bisschen besser als letztes Mal von der Qualität her auch. Da war nur die Sache, der grüne Rand um mich ist immer noch geblieben. Ich hoffe, es geht jetzt halbwegs. Wenn ihr euch stört, schreibt es gerne in die Kommentare. Es gab ja auch einige Kommentare zuletzt. Die Musik war es dort. Werde ich verbessern, werde ich jetzt auf jeden Fall darauf achten. Und ansonsten war es eigentlich sogar ganz gut. Die erste Folge mit Borussia Mönchengladbach und heute. Ihr habt abgestimmt, wie jedes Mal. Ihr dürft das nächste Team auswählen und sowas eben heute auch. Ihr habt abgestimmt und es geht weiter mit Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, Aufsteiger aus der zweiten Liga. Nun wieder in der ersten Liga, wie auch schon in der Saison 12-13. Nun also wieder mit dabei. Und die werden wir auch schon in der Lupe nehmen. Wir werden auf die Mannschaft schauen, auf die Notzugänge, aber natürlich auch noch auf Gerüchte, was noch passieren kann bei Düsseldorf. Aber natürlich auch auf die Erwartungen, was man vom Aufsteiger Düsseldorf erwarten kann. Düsseldorf. Die letzte Saison war eine mehr als erfolgreiche. Düsseldorf hat es geschafft. Sie sind aufgestiegen. Sie waren am Ende Zweitligameister. Auf Platz 1 mit drei Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Nürnberg. Also es war eine überragende Saison. Der Aufstieg konnte nicht erwartet werden, weil die Saison davor war man lange bis kurz vor Schluss im Abstiegskampf. Man war fast in der dritten Liga gefühlt schon und dann hat man sich noch retten können mit Friedhelm Funkel. Und dann kam letzte Saison der Aufstieg. Man ist aufgestiegen. Völlig überraschenderweise auch. Aber völlig verdient. Muss man ganz klar sagen. Düsseldorf wurde verdientermaßen. Erster bzw. Zweiter wäre vielleicht auch noch okay gewesen. Wäre am Ende aber auch egal gewesen. Denn es ging um den Aufstieg am Ende nur noch. Man wollte aufsteigen und das hat man am Ende dann auch geschafft. Auch wenn es wirklich eine völlige Überraschung war. Und nun ist man also endlich wieder erstklassig. Gucken wir auf die komplette Mannschaft der Fortuna. Im Tor Raphael Wolf, Michael Rensing und Tim Wiesner. Da ist natürlich die Frage, wer ist Nummer 1 Wolf oder Rensing? Wird man sehen. Meine Entscheidung werdet ihr gleich schon sehen. Rechts hinten hat man sich verstärkt mit Jean Zimmer. Er war zuletzt ausgeliehen. Nun festerpflichtet worden vom VfB aus Stuttgart. André Hoffmann, Robin Bormuth, Gökhan Gül und Kan Ayhan allesamt Innenverteidiger. Hat man auch noch schon eine gewisse Bundesliga-Erfahrung. Zumindest mit André Hoffmann und auch Kan Ayhan. Dann noch für links hinten Nico Gieselmann, Lukoki, Ciadas. Und natürlich Diego Contento. Neuzugang von Bordeaux. Er hat ja lange Zeit bei Bayern gespielt. Dann nach Frankreich gegangen. Nur wieder zurück geht Deutschland in der Bundesliga bei Düsseldorf. Er wird sicherlich auch eine gute Rolle einnehmen. Mittelfeld. Da haben wir Marcel Sobotka aus der Schalker Jugend. Auch er hat schon, ja, das heißt Bundesliga-Erfahrung. Aber er kennt zumindest die Abläufe in der Bundesliga. Kann vielleicht auch ein Vorteil sein. Er bringt auf jeden Fall eine Qualität mit. Wie natürlich auch Matthias Zimmermann. Er war Wunschspieler Nummer 2. Eigentlich wollte man ja Robert Bauer holen. Der ist nach Nürnberg gegangen. Nun hat man eben Matthias Zimmermann sehr flexibel einnetzbar hier im Mittelfeld gelistet. Kann aber auch jetzt hinten spielen. Der wird sicherlich auch eine gute Rolle spielen. Adam Bozek, der Routinier, war ja schon 12-13 mit dabei. Alfredo Morales von Ingolstadt gekommen. Ein sehr starker Achter. Dann noch Oliver Fink. Auch der war 12-13 dabei. Ist dann eher für die Erfahrung zur Stelle. Zaylan Duman hat man dann auch noch. Wie auch Kian Fruese. Und einen Barkok hat man sich geholt von Eintracht Frankfurt. Der sicherlich auch ein starker Neuzugang ist. Ein Zehner kann man schon sagen. Ein Achter kann er auch. Im Notfall auch Außenspielen sehr flexibel ist einnetzbar. Da hat man wirklich einen richtig guten Transfer geleistet meiner Meinung nach. Dann Kevin Stöger mitgenommen aus der 2. Liga vom VfL Bochum bekommen hat. In der 2. Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Nun vielleicht auch in der 1. Liga auf jeden Fall ein guter Neuzugang. Wie auch Kenan Karaman. Da merkt man schon, man setzt ein bisschen auf Bundesliga-Erfahrung. Karaman kam ja von Hannover 96. Hat dort keine wirklich gute Rolle mehr gespielt. Nun greift er neu an. Und das bei Fortuna Düsseldorf. Dann noch Davo Lovren. Der Bruder von Kroatien-Star Dajor. Lovren ja heißen fast ähnlich. Sind aber nicht dieselben. Hier Lovren, der offensive Mann von den beiden Brüdern. Nun bei Düsseldorf. Auch er wurde fest verpflichtet. Und hat aber noch Benito Rahman. Auch er wird sicherlich eine gute Rolle spielen. Dann im Sturm. Da gibt es natürlich einen Namen, den jeder hören will in Düsseldorf. Und das ist der von Marvin Duksch. Er wurde geholt. Er war Wunschspieler Nummer 1 für die Sturmspitze. Letztes Jahr bei Kiel gestürmt. Wurde 2. Liga Torschützenkönig. Und nun spielt er bei Düsseldorf erstklassig. Und er will sich natürlich durchsetzen. Er kämpft gegen oder vielleicht auch mit Ruven Hennings. Hennings, auch er war ja Wunschspieler Nummer 1 im letzten Sommer. Kam ablösefrei, nachdem er zum Vorher ausgeliehen war vom FC Burnley. Nun spielt er auch erste Liga endlich mal in seiner Karriere. Und das mit Düsseldorf. Auch er wird sicherlich gute Chancen haben auf dem Standplatz. Und dann hat man da noch Harvard Nielsen und Emil Kujovic. Gucken wir auf eine mögliche Aufstellung. Und das ist meine erste Elf. Ich habe mich im Tor für Raphael Wolff entschieden. Weil ich glaube, der bringt ordentlich Selbstvertrauen. Mit Rensing war immer wieder auch verletzt. Vor allem im letzten Jahr. Wolff hat dann eine richtig gute Rolle gespielt. Deswegen glaube ich, kann sich Wolff durchsetzen. Momentan ist für mich der Kampf offen. Ich glaube allerdings, dass sich Wolff zumindest mittelfristig auf jeden Fall gegen Rensing durchsetzen wird. Rechtshinten führt, denke ich mal, vorerst kein Weg vorbei an Jean Zimmermann. Man wird sehen, was Zimmermann dann für eine Rolle spielen kann. Innen habe ich mich jetzt noch für Bormut und Eiern entschieden. Ich denke mal, kann Eiern, wird gesetzt sein. Neben ihnen wahrscheinlich Bormut, wenn aber vielleicht auch André Hoffmann. Je nachdem, wie fit er ist. Ich habe mich erst mal für Bormut entschieden. Und links hinten für den Neuzugang Diego Contento. Ich glaube, nicht nur, weil er eben schon Erfahrung hat in der Bundesliga. Aber auch von der Qualität her wird der gesetzt sein. Kann ich mir zumindest zutrauen. Gieselmann wird schwer haben. Ich denke mal, vorerst wird Contento den Standplatz innehaben. Doppel 6 Morales Sobotka. Ist, ja, je nachdem, wie man spielen will. Wenn man offensiv spielen will, ist da vielleicht auch Kevin Stöger eine Variante. Oder auch Ayman Barkok. Wenn man defensiv spielen will, vielleicht auch Fink oder Bozek. Ich habe mich jetzt noch für Sobotka und Morales entschieden. Finde ich eine gute Balance zwischen offensiv und defensiv. Deswegen glaube ich schon, dass das eine realistische Möglichkeit wäre. Auf den Flügel links Karaman. Glaube ich, wird erst mal gesetzt sein. Man hat ja da Haraguchi und Usami verloren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Karaman und Rahman die Plätze nur einnehmen werden. Zentral Ayman Barkok ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Und vorne Marvin Dux habe ich mir jetzt noch für entschieden. Ich kann mir auch zutrauen. Ach, ich kann mir zutrauen. Ich kann Düsseldorf auch zutrauen. Dass man mit Doppelspitze spielen wird. Mit Dux und Hennings. Wenn man es offensiv machen will, halte ich das auf jeden Fall für eine gute Möglichkeit. Ich habe mich jetzt einfach hier mal für einen Zehner entschieden. Das wäre dann Barkok und vorne drin. Wäre es für mich dann Marvin Dux. Deine Aufstellung ist gefragt. Schreib mal gerne in den Kommentaren, wie du Düsseldorf aufstellen würdest. Neuzugänge hat man ordentlich geholt. Zum einen ein paar aus der zweiten Liga. Zum anderen ein paar mit Bundesliga-Erfahrung. Aber auch eben ein paar, die vorher ausgeliehen waren und nun fest verpflichtet wurden. Da wäre zum einen natürlich zu nennen, wie gesagt, Marvin Dux ist sicherlich der Top-Transfer. 3 Millionen Euro kostet. Somit auch der teuerste Transfer. Aber sicherlich auch der, der am besten passen könnte. Zumindest kann man es vermuten, dass das wirklich gut passen wird mit Marvin Dux. Im roten Trikot. Benito Rahman, habe ich schon gesagt, wurde fest verpflichtet. Ebenso wie Jean Zimmer und Lovren. Ayman Barkok kam von Frankfurt. Da gab es eigentlich erst Gerüchte, dass er fest verpflichtet wurde. Nun heißt wohl, es ist doch erst eine Laie mit Kaufoption. Wird man sehen, was das am Ende wirklich ist. Aber ich glaube schon, dass der eine gute Rolle spielen kann. Kevin Stöger, habe ich auch schon genannt. Kam aus der zweiten Liga, wie auch Alfredo Morales. Er kam ja von Ingolstadt. Diego Contento aus Bordeaux. Und dann noch Kenan Karaman und Zimmermann mit Bundesliga-Erfahrung. Also wie gesagt, eine gute Mischung, glaube ich schon. Aber die Sache ist, das sind schon zehn neue Spieler. Und die werden alle eine gute Rolle spielen. Klar, man hat auch drei Spieler dabei, die fest verpflichtet wurden. Aber dann hat man trotzdem sieben externe Neuzugänge. Ich glaube, das ist schon wirklich genügend. Man kann den Kader auch nicht zu viel umkrempeln. Wenn wir jetzt hier auch mal auf die Abgänge gucken. Auch da ist viel passiert. Julian Schauerte ist weg. Hat lange rechts hinten gespielt. Nun hat sich Zimmer durchgesetzt. Sein Vertrag ist ausgelaufen, wurde nicht verlängert. Jerome Kiesewetter ist auch gegangen, wie auch Lukas Schmitz. Iora wurde erst vor kurzem wieder verliehen. Marlon Ritter ist gegangen, fest zum SC. Paderborn, Takashi Usami und Haraguchi. Wollte man eigentlich beide gerne behalten. Haraguchi ist jetzt bei Hannover. Der wird nicht mehr zurückkommen. Vielleicht noch Takashi Usami. Da wird man sehen, was da vielleicht noch möglich wäre. Und dann noch Florian Neuhaus hat man auch abgeben müssen. Er war ja nur ausgeliehen von Gladbach. Hat eine richtig gute Saison gespielt. Nun ist er zurück bei den Fohlen. Den wird man vielleicht ein bisschen vermissen, wie auch Haraguchi und Usami. Aber wie gesagt, man hat wirklich gute Alternativen dazugeholt. Und auch so hat man schon einen guten Kader. Gerüchte gibt es immer noch. Um Abgänge weniger. Da wird man wohl auch nicht mehr wirklich einen abgeben. Um Neuzinger habe ich ja schon gesagt. Vielleicht noch. Takashi Usami war in der Rückrunde da. Hat eine gute Rolle gespielt. Nun, beziehungsweise er war die ganze Saison schon bei Fortuna Düsseldorf. Er hat eine gute Rolle gespielt. Je nachdem, was Augsburg macht. Ich glaube, da wird es auch ein bisschen ums Geld gehen. Und wenn, kommt vielleicht nochmal eine Leier in Frage. Viel mehr. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf nochmal 3 bis 4 Millionen auf den Tisch legen wird. Nicht nach den ganzen Transfers. Deswegen halte ich den Wechsel momentan eher für unrealistisch. Aaron Johansson wurde ja auch immer wieder genannt. Als erfahrener Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung. Glaube ich. Jetzt allerdings auch nicht mehr. Und Kyle Butler hat sich ja selber ins Gespräch gebracht mit einem Tweet. Das hat Düsseldorf dementiert. Vielleicht wird er doch nochmal eine Rolle spielen. Allerdings gibt es aktuell nicht mehr wirklich viele Gerüchte um Düsseldorf. Weil der Kader ist eigentlich komplett. Man hat schon ordentlich umgekrempelt. Abgänge wie Nordzugänge. Deswegen glaube ich, wird da auch nicht mehr so viel passieren. Trainer bei Fortuna Düsseldorf ist seit Anfang 2016 Friedhelm Funkel. Er bringt eine Menge Erfahrung mit. Er hat mit Peter Herrmann zusammen ein Klasse-Dur gebildet. Der ist dann nach Bayern gegangen. Nun seine beiden Co-Trainer unter anderem ja auch Ex-Spieler Axel Bellinghaus. Und auch die sind ein Top-Team an der Seitenlinie für die Fortuna. Deswegen glaube ich, ist Friedhelm Funkel genau der richtige Mann. Düsseldorf vielleicht nochmal eine Stufe höher zu bringen. Und in der Bundesliga auf kurze bzw. mittelfristige Sicht etablieren zu können. Sein Vertrag läuft ja noch bis 2019. Und wie gesagt, ich lobe ihn gerade. Ich glaube auch, auch wenn ich kein Düsseldorf-Fan bin, ich glaube auch zu Recht. Weil das einfach eine gute Ehe sozusagen ist zwischen Verein und Trainer. Ich glaube zumindest, dass eine Verlängerung aktuell wahrscheinlich ist. Klar ist, sollte Düsseldorf absteigen, wäre es nochmal so eine Sache. Da muss man bewerten, wie das dann zustande kam. Was Funkel dann bei dem Neuaufbau für eine Rolle spielen könnte. Allerdings glaube ich, dass Funkel schon eine realistische Variante ist. Für die dann übernächste Saison. Vielleicht dann erstklassig oder auch zweitklassig. Die Erwartung an Fortuna Düsseldorf ist natürlich beim Aufsteiger ganz schwer. Ganz schwer zu bewerten, was man erreichen kann, was man erreichen will. Klar, der Abstieg soll vermieden werden. Aber ihr hört es ja schon an meiner Stimme, er soll vermieden werden. Es ist nicht das ganz klare Ziel, dass sie sagen, Funkel, du musst mit unserer Mannschaft in der ersten Liga bleiben. Nein, sie sagen, wir kämpfen gegen den Abstieg. Das ist klar als Aufsteiger. Wir wollen gerne drinbleiben. Aber es ist nicht das Ziel, dass wir genau 15. werden. Es ist klar natürlich das Ziel, dass man den Klassenerhalt packen wird. Allerdings glaube ich, dass es schon schwierig wird. Die Konkurrenz wird auch immer stärker. Wenn man sich andere Klubs anschaut, wie Stuttgart oder Hannover, die letztes Jahr hochgekommen sind. Stuttgart hat sich extrem verbessert. Hannover, auch die haben eine gute, solide Saison gespielt. Das ist auf jeden Fall schwierig. Auch Nürnberg als Mitaufsteiger ist eine wirklich gute Mannschaft. Deswegen ist es auf jeden Fall spannend zu sehen, weil da unten reinrutschen wird. Ich glaube, Düsseldorf wird schwer haben über die komplette Saison. Da wird man am Ende, glaube ich, zumindest auf jeden Fall unten reinrutschen. Die Frage ist nur, wie tief man unten reinrutscht. Ob es dann 15. ist, 16. oder eben dann der direkte Abstieg. Der Klassenerhalt wird schwierig. Ich würde es mir wünschen, ich würde es Düsseldorf auch gönnen. Allerdings glaube ich, wird es ein richtig schwieriges Unterfangen. Aber es ist möglich. Vor allem mit dem Kader, man hat es sich stark verstärkt. Ich glaube schon, dass Düsseldorf eine gute bis starke Rolle spielen kann im Abstiegskampf der Bundesliga. Das nächste Video steht natürlich an. Und ja, nein, es ist keine Woche Pause dazwischen. Im besten Falle kommt es sogar noch heute. Je nachdem, wie schnell ihr abstimmt. Wolfsburg, Leipzig, Hannover sind die Teams, die ich euch zur Verfügung stelle. Stimmt gerne ab, welches als nächstes kommt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und was noch ganz wichtig ist, schaut gerne bei dem Kanal, den ich gerade vorschlage, vorbei. Das ist T-Time. Da kam noch nicht so viel. Das ist mein Zweitkanal, wenn man so will. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen. Jetzt stehen ja auch die Sommerferien an. Wird da richtig viel geballert. Schaut gerne da schon mal vorbei. Macht euch den ersten Eindruck. Und dann sehen wir uns vielleicht auch da wieder. Ansonsten, wie gesagt, nächstes Video kommt heute noch, wenn ihr schnell abstimmt. Wolfsburg, Leipzig, Hannover. Und dann sehen wir uns hoffentlich heute schon wieder im nächsten Video. Ciao. Ciao.